Hallöchen! Ja, es geht wieder um die Steampunk Journal Challenge und könnt ihr euch das vorstellen? Unsere Liste wird immer kürzer. Wir haben nur noch drei Dinge auf unserer Liste. Und zwar das, was jetzt am Samstag kommt, am 9.7., wo wir wieder live sind natürlich, ab 19 Uhr. Und zwar die Foldouts, also Elemente zum Aufhalten. Dann haben wir noch Specimen Cards und alte Playing Cards. Und wir haben noch das Gebamsel. Und ja, eventuell noch einen zusätzlichen Livestream, wo man nochmal weiter dekoriert. Und sonst haben wir es fast geschafft. Wir sind quasi auf der Zielgeraden. Und ja, ich will euch mal erklären, was wir jetzt am Samstag machen werden. Und zwar, wie schon gerade erwähnt, die Foldouts, Elemente zum Aufhalten. Und es sollen drei Stück gebastelt werden. Welche das sind, das werden wir oder ihr, ich weiß es ja schon, werdet ihr im Livestream erfahren. Dort werde ich dann Schritt für Schritt genau erklären, wie das Ganze funktioniert. Wir werden jeden einzelnen Foldout gemeinsam basteln. Also keine Sorge, jeder wird mitkommen. Es sind auch nicht wirklich schwere Dinge oder schwierige Faltanleitungen dabei. Also ich gehe mal stark davon aus, das schafft jeder. Ja, als Kriterien haben wir uns überlegt. Und zwar für den Foldout Nummer 1 einen Schlüssel. Für den Foldout Nummer 2 eine Uhr. Foldout Nummer 3 soll eine Windrose bekommen. Das Ganze können Schablonen, Stempel, Metallteile, Digipaper, also alles Mögliche sein. Ihr seid da nicht festgelegt. Guckt, was ihr da habt. Guckt, was ihr vielleicht noch besorgen könnt. Auf jeden Fall sollen die Foldouts diese einzelnen Elemente drauf haben als Kriterium. Wir werden auch nicht irgendwie festlegen, welches Foldout jetzt Foldout Nummer 1, 2 oder 3 ist. Das könnt ihr auch nach eurem Ermessen halt irgendwie auswählen und dementsprechend dann dekorieren. Weil vielleicht passt zu dem einen das besser, zu dem anderen das. Vielleicht kann man den Schlüssel auch noch irgendwie als Verschluss nutzen oder, oder, oder. Da seid ihr dann auch frei. Ja, außerdem benötigt ihr Papier in DIN A4 Format. Am besten mit einer Grammatur von 90, also 100, 120 geht auch noch. Natürlich faltet man. Dadurch bekommt man natürlich ja an einigen Stellen etwas, ja, Volumen, sage ich mal. Und wenn man jetzt zu dickes Papier nimmt, dann trägt das natürlich auf. Ihr wisst das alle, wenn man was faltet, dann, ne, es wird dann halt immer mehr und immer mehr. Und was natürlich auch ist, wenn man dickeres Papier nimmt, dann ist es manchmal so, dass das halt schnell einreißt, wenn man das oft faltet. Deswegen nehme ich ja am liebsten halt Papier in einer Stärke von 90, so ungefähr, ja. Also schaut einfach, was ihr da habt. Ihr könnt ja einfach auch ganz normales Druckerpapier nehmen. Ja. So, dann sollen natürlich die Foldouts weiter dekoriert werden. Das könnt ihr dann halt machen, wie ihr wollt, ja. Vergesst nur nicht die Elemente, die als Kriterium festgelegt worden sind. Ansonsten seid ihr wirklich frei in eurer Dekoration. Und, ähm, ja, vielleicht, ich weiß ja nicht mal, man könnte natürlich auch irgendwie, ähm, Designpapier nehmen oder so. Oder halt irgendwas Ausgedrucktes, ne, und dann hinterher die Elemente draufbringen. Dann braucht ihr jetzt nicht mehr ganz so viel, ähm, ja, dekorieren, sage ich mal. Das könnt ihr dann natürlich selber entscheiden. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf diese Aufgabe, denn ich liebe Origami. Und, ja, das hat natürlich so ein bisschen was von Origami. Äh, das ist zwar nicht ganz so klein schrittig, aber, ähm, ja, so Falt-Sachen finde ich einfach sehr, sehr toll. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid am Samstag alle mit dabei. Und, ähm, ja, schaut mal, was ihr in den Schubladen habt, was ihr vielleicht noch benötigt. Sammelt alles zusammen und freut euch auf einen hoffentlich tollen Abend. Ich freue mich auf jeden Fall. Bin schon sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Äh, ob euch, ja, ob euch das gefällt, ob ihr ein Händchen dafür habt. Also, ähm, ich finde sowas immer spannend, so Elemente, wo man halt, ne, nochmal was entdecken kann und so weiter. Oder vielleicht auch was verstecken kann, wenn man viel in seinen Journal reinschreibt. Also, von daher finde ich, das ist eine tolle Aufgabe. Ja, ich wünsche euch was und ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.